Musik Welche Aussage zum Price Look Up Verfahren ist richtig? Erstens, bei diesem Verfahren reicht es aus, wenn die Preisauszeichnung am Artikelregal vorgenommen wird. Zweitens, bei diesem Verfahren braucht der Artikel an der Kasse nicht eingescannt zu werden. Drittens, wenn dieses Verfahren angewandt wird, kann es nicht mehr zu Kassendifferenzen kommen. Viertens, bei diesem Verfahren müssen die Preise nicht mehr im Warenwirtschaftssystem hinterlegt werden. Fünftens, dieses Verfahren setzt bargeldlose Zahlung voraus. Haltet das Video an, wenn ihr überlegen wollt. Ja genau, Sie haben es drauf. Die Nummer 1 ist richtig. To look up bedeutet nichts weiter als nachlesen, nachschlagen oder nachblättern. Und Price Look Up heißt dann den Preis nachschlagen. Und warum müssen wir den Preis nachschlagen? Weil er nicht mehr auf dem Artikel steht, sondern nur noch am Regal. Und weil das für den Kassierer zu lästig wäre, macht das unser Kassensystem. Und woher weiß das Kassensystem, für welches Produkt es den Preis nachschlagen soll? Genau, das sagen die Kassierer ihm, indem sie die GTIN 1 kennen. Klasse System. Kennen sie alle. Also ist 2 total falsch. Gerade bei diesem Verfahren muss eingescannt werden. 3 wäre schön, ist aber leider nicht so. Kassendifferenzen sind dadurch nicht zu verhindern. 4 ist natürlich ebenfalls totaler Blödsinn. Gerade bei diesem Verfahren müssen die Preise hinterlegt sein. Und 5 stimmt auch nicht. Ob der Kunde bar bezahlt, mit Karte oder seinen Dackel in Zahlung gibt, ist dem Price Look Up Verfahren völlig wurscht. 4 ist das Kassierer im ZDF-Wald-Handl. 5 ist das Kassierer im ZDF-Wald-Handl. 5 ist das Kassierer im ZDF-Wald-Handl. Vielen Dank.